Ja, und damit ein letztes Mal herzlich willkommen zurück zu World of Horror. Morgen endet der Spooktober in einem spektakulären von Finale, das wir auch Halloween nennen. Ja, ihr könnt gespannt sein, was ich da für euch vorbereitet habe. Aber heute befassen wir uns noch einmal mit der Welt des Horrors in World of Horror. Und ja, wir starten noch direkt rein, mal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Difficulty. Wir haben ja sonst immer... Was ist das hier? Difficulty? Skeptist gespielt oder sowas? Cultist? Skeptik war das hier. Cultist. Haben wir sonst immer Cultist? Ich hab's jetzt auf jeden Fall ausgewählt, weil wir wollen mal eine Schwierigkeit höher schalten. Mal sehen, was da so auf uns warten wird. Dropping below one stamina or reason will kill you immediately, just like in real life. Starting new encounters will kill you if you drip. Okay. Ja, das macht eigentlich keinen großen Unterschied, weil wir eh nie so niedrig sinken wollen. Wir könnten aber auch mal zur Timeline B wechseln. A cult capital of Japan. Ich weiß nicht genau, was da den Unterschied macht, aber starten wir doch einfach mal rein, weil hier steht auch Halloween. Und das passt ja. Wir haben zwar heute noch nicht Halloween, aber es steht ja kurz bevor. Und wer weiß, vielleicht schauen einige von euch dieses Video ja auch erst morgen, passend zu Halloween. Gut, dann starten wir doch mal wieder rein. City of Shiokawa. Something strange is happening in our town. Das ist trotzdem immer noch gleich, wie's aussieht. The rapid technological progress of the modern era brings comfort, but also are new unknown threats. Ja, das ist alles das gleiche. The Thak Aturasu is once again awakening from its slumber. Blinded by its impossible to satisfy hunger, it has started to tear down the walls of its cocoon prison. Stop it before it devours us all. Continue. Wir gehen wie immer erstmal nach Hause und gucken mal, was hier so abgeht. Und schauen noch einmal Fernsehen. We are shocked by what she did. Her voice was always so calm. Und wenn ich mal irgendwann irgendwas im Telefon. Ich weiß gar nicht, dass ich hier Tasten drücken kann. Die kann ich zurück machen. Kann ganz viele Nummern wählen. Aber das bringt ja nix. Ich wollte eigentlich 911 rufen hier. Go. Go. Okay. Dann schauen wir doch mal durchs Peephole, ob wir da irgendwas sehen. We don't see anything weird. Ja, noch nicht. Noch ist ja auch alles gut. Jetzt bei der Schwierigkeit müssen wir aber echt vielleicht ein bisschen drauf achten, wie sehr unser Doom wächst, weil das könnte uns sonst zum Verhängnis führen. Aber wir schauen mal. Wir haben ein paar Events. You've marked it down five of them. Müssen wir jetzt echt fünf? Ich meine, so wie es aussieht, haben wir diesmal keinen Schlüssel. Das heißt, wir müssten eigentlich fünf Events machen, aber eins ist anscheinend eher... Ja. Und wir haben tatsächlich zwei neue. Das ist schön zu wissen. Und Eerie, Episode of Evolving Eels, sowie Vicious Verses of a Violent Vigil. Machen wir doch erstmal das. Death Cheated ist unser Ending, das wir hier haben. Ending C. Vicious Verses of a Violent Vigil. You've received an official looking letter. What does a law firm from Tokyo want from you? We regret to inform you of the passing of our... Oh, ich kann doch schon nicht reden. Wie so häufig. Our client and your uncle, Granduncle. His funeral will be proceeded by an overnight vigil as per the client's request. Da können wir gucken, dass wir alles richtig machen. Das ist ganz wichtig. Dann kommen wir bestimmt auf ein neues Ende. There's an address and a list of people expected to arrive. You don't recognize any of the names. Intrigued, you decide to check it out yourself. What's the worst thing that could happen? Investigate the mystery. Ja, wir müssen jetzt die Villa erkunden und mal schauen, und auf wen wir so treffen. Investigating House. Dark forces scheme against you. You don't know who you can trust anymore. Okay. Was sind denn da für Leute? Ich dachte, das ist Family. Was haben wir denn hier von Curse? Chance of negative effect with each seaside investigation. Na super. It takes you some time, but finally you manage to find someone. That another guest? You should ask them what's going on here. Who's that? Young woman wrinkles her nose when she notices you. You can swear you've seen the symbol engraved on her necklace before. If you want to pay him respects to that old creep, follow that corridor to the right. Okay. You are here. I guess, dann schauen wir uns doch erstmal um. Haben wir noch eine Möglichkeit, haben wir irgendwie ein Inventar oder so? Nee, ne? Gerade nicht. You enter the art workshop. The room is cluttered with half-finished sculptures and bizarre masks hanging on the wall. One sculpture strikes you as eerily realistic. Ich denke mal, wir gucken uns die Sculpture an, weil wir haben uns das letzte Mal die Masks angeguckt. Da haben wir eine von mitgenommen, glaube ich. Gucken wir uns mal die Sculpture an. The head of the sculpture looks so lifelike. You move closer and brace your hand nervously to touch it. It falls off. Prepare for combat. Ach, wir haben immer noch keine Waffe. A headless person stumbles out of the sculpting classroom and it's reaching for your head. Oh, die hat ein Messer. Vielleicht können wir ihr das abnehmen. Ähm, improvised weapon. Und dann können wir noch einmal draufhauen. Vielleicht mit ein bisschen Bonus. Ja, ein bisschen Bonus hier. Zack, zack und zack. Machen wir schon mal ein bisschen mehr Schaden. Broken bottle. Die wollen doch erstmal equipen. Nicht Storage, equip. Und dann wollen wir draufhauen weiter. Wir können zwei Large Attacks machen, aber mit nicht so viel Wahrscheinlichkeit. Aber ich glaube... Äh, wir probieren es mal. Launch Sequence. Auch funktioniert. Und ich glaube, das machen wir auch weiterhin. Beziehungsweise jetzt könnten wir eigentlich sogar für einen definitiven Kill gehen. Launch Sequence. Und dann können wir dann das Messer wenigstens haben, das sie in der Hand hält. Nicht, das wäre schön. Pressing a handkerchief to your nose, you enter the dark room. There's no way they allowed your grand uncle to just lie here. What was the correct bow and clap order? Maybe other guests will know. Ja, ich werde hier nichts machen, bevor ich das nicht weiß. Delipidated Corridor. Maybe... Wir fragen erstmal sie. Okay. You didn't get this with the latter here. Take mine. Sie gibt uns ein Vigil Pamphlet. At 9pm start Vigil. 10pm pray over the body. Clap, clap, bow clap. 10pm, okay. Wir haben gerade... Wir haben gerade 10pm. Ja, dann wollen wir doch zum Masters Bedroom gehen. Und was war das? Clap, clap, bow clap. Clap, clap, bow, clap. Sollen wir den Foot inspecten? Wir lassen es erstmal in Ruhe. Das hatten wir ja letztes Mal. Oder? I don't know. Ja, komm. Wir haben ja richtig geprayed, inspect Foot. Gepopied into your pamphlet. Was ist mit den anderen Leuten hier? A pair is standing next to a window. The man is muttering something to himself. While his wife is observing you with her unnaturally bulgly eyes. This reminds me of one of my books. Was sollen wir um 11pm machen? Modest supper. Okay, wir essen also was. Ja dann. Explore the mansion. Wir essen jetzt wahrscheinlich was, ne? In the middle of a room, you see a man tied to a chair. You rush in to help. When you remove his gag though, the man starts shouting curses and ancient prophecies. You fall onto the floor. Your mind flooded with unspeakable images as the man slowly stands up, completely ignoring the chair he was seemingly tight with. Schon wieder ein Kampf. Ja gut, ähm. Wir haben nur eine 60%ige Hitchance ist das Problem bei ihm. Machen wir trotzdem hier sowas? Ja sowas hier, ne? Obwohl eins können wir da noch draufhauen, aber dann sollten wir das wahrscheinlich eher auf die starke Tech packen. Die erhöhte Hitchance. Zack, zack. Oh, das macht aber auch ordentlich Schaden. Das macht mehr Schaden bei ihm dafür. Check mit dir. Wait, what's that? Pick up. Carry a statuette. Was macht das? Plus none. Plus one knowledge while held in the inventory. Wir können es aber nicht equippen. Okay. Wir haben einfach plus ein knowledge. Okay. Resolve combat. 11 p.m. Check out the supper. Strength check failed. The smell is so nauseating, it almost makes you sick. There, I guess, it's okay. Wir haben the supper auch gecheckt. In 12 müssen wir wieder beten. Haben die jetzt irgendwas zu sagen? Let's not pretend like we want to be here. Okay. This reminds me of one of my books. Storage room. Was ist da denn drin? Irgendwas von Interesse? You shudder instantly, recognizing the room from a newspaper's photo. Three years ago, a man hanged himself here. Why is a vigil being held in a place like this? Okay. Check out wardrobe. You found a new item. Meat cleaver, richtig nice. Ist, glaube ich, auch besser als unsere Bottle. Also equip... Dann... Wir haben immer noch 11 p.m. Dann exploren wir mal die Menschen weiter. Following a suspicious person, you enter an old, run-down mansion room. It stinks like spoiled milk and has only two doors, one of which you came through. You can't see the strange man anywhere. Search the room? Energy drink. There is nothing really important here, but you think you might be able to use the one item you do find. Was macht das so? Plus one dexterity until the end of the... Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Das machen wir mal nächstes Mal. Wir könnten es auch für Dullfans verkaufen, was ich... Ja, total einsehe. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Masters-Betroom. Warum ist er weg? Ich habe das Ritual doch richtig durchgeführt. Clap, 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 clap habe ich gemacht und ich wollte jetzt Bobo-Clap... Clap, Bobo-Clap machen. Aber er ist weg. Vielleicht hätte man seinen Fuß nicht untersuchen sollen? Study. It seems that someone has already removed all the furniture from this room. The overgrowing plant is casting an unsettling shadow. Die Leute sind alle weg. Okay. I guess explore the mansion. Of some overgrown garden. The whole building begins to shake as you enter the room. Suddenly a stone pillar bursts through the floor, where you stood just seconds ago. Noticing the arcane symbols painted on the stone, you take a step closer. Study the symbols. Knowledge check success. You recognize some of the symbols from the stone. Tablet you saw at the museum. What's the connection? He managed to find one of the guests. They are shaken, but otherwise safe. You both decide to get the hell out of this place. But the door is gone. Who are you? Okay. Sie ist wieder da. Was, also wenn wir uns jetzt weiter hier dran halten, was wäre denn das nächste Burn? An envelope in the study. Okay. Aber wir haben hier kein Envelope. Ich glaube. Ich weiß nicht. Der Leichnam ist immer noch weg. In dem Storage-Rum ist auch nichts Neues. Dann explore the mansion. You enter a room full of wooden statues. You are amazed by how realistic some of them look. So realistic in fact, that you could sworn one of them blinked. Hey. Ja, ähm. Mit dir legen wir uns mal an, würde ich sagen. Das macht 93. Ähm, ja. Machen wir mal 1, 2, 3 und Hit. Und 1, 2 und... Okay, es geht nur 1 und Hit. Es trifft aber auch. Boop. Boop. Und hau ihn einfach kapitieren. Killer Vampire. Corridors twist and turn, trapping you in this mansion. You think you can hear the other guests somewhere, but should you risk getting lost yourself? Eieiei, was geht denn hier? Kill them? How about no? Master Bedroom ist immer noch leer. Und hier ist irgendein Schatten, aber hier können wir an Sinzen auch nichts machen. Ja gut, dann exploren wir mal weiter die Menschen, würde ich sagen. You feel watched. Ich hab keine Holy Candle. Retreat. Minus 2 Reasons. Entering a dark room, you spot Havado and his wife hugging each other. When they turn around, you scream in terror. Their bodies are slowly becoming one and their fused faces express the same thing. Thing. Rage. So viele Gegner hier, ey. Die haben nicht wirklich viel Leben. Kann ich fliehen? Doge. Raise. You can't run. Okay, dann werden die wohl sterben. Das wäre nämlich sonst auch noch eine Option gewesen, zu gucken, ob man halt einfach abhauen kann. Aber ja, anscheinend nicht. Natürlich müssen sie attacken, ansonsten werden sie gestorben. Ah, na ja. Resolve Combat. As the vigil is nearing its end, the whole mansion shakes more and more until the walls start to collapse, revealing the shocking truth about where your whereabouts. The walls of the corridor collapse, revealing an alien landscape. You can taste blood in your mouth as the slimy appendages slowly get closer. Sacrifice the guest, oder where are you? Nicht die Menschen weiter exploren? Kann nur den guest sacrificen. Und sonst nichts machen. An unseen force leads your hands. You reach for a knife and step a surprised guest. Conclude the ritual? Ja, ansonsten kann ich nichts machen. Nichts anklicken. The price is paid. A voice booms in your head as everything gets dark. When you wake up, you find yourself lying on wet grass. The old mansion nowhere to be seen. Standing next to you is a naked, bloated old man. You recognize a tattoo on the man's toe. It's your deceased grand uncle. Continue. With a coarse voice, he explains the ritual. You try to keep up with him, but you're weak and your head spins. The death toll must remain the same. To die and to survive. You feel like vomiting as the old man who has cheated death disappears behind trees. Everything is getting dark. Ja, das ist aber wieder ending C, aber ich weiß jetzt nicht, was ich da falsch gemacht hab, weil, ich weiß, letztes Mal hab ich das Ritual vertackt, aber dieses Mal hab ich's ja genau befolgt. Es sei denn, ich hätte die Supper bestehen müssen, aber darauf hatte ich nicht wirklich viel Einfluss. Es sei denn, wiederum, ich hätte es mehrmals versuchen können, was ich natürlich nicht weiß, aber ich dachte, einmal abchecken reicht, ne? Naja. The man you thought was your uncle has cheated death, making you an accessory to murder. You know, the police officers won't believe you when you tell them the truth and do your best to forget the nightmares you left behind. Yay, level up. Oh, close studies. Sollen wir jetzt mal full of knowledge gehen? Wir gehen mal full of knowledge. Sollen wir da schon einen Punkt drin bekommen haben? Continue. Was machen die Old Gods so? Roads leaning off the top of the town were closed by the police. You have to find new way out. Inwiefern? Investigating places located outside the city village mansion forest costs 1% more doom. Oh mein Gott. You're at home. Wie geht's uns gerade so? Wir haben erstmal einen Schlüssel gefunden. Take key. Ähm. Key pole. Someone is standing in the shadow watching your door. Dann nehmen wir mal einen bath und ich glaube, wir sollten mehr auf Stamina, also nicht auf Stamina, auf Reason gehen. Also kaltes Wasser. Was sagt der Fernseher? We are shocked by what she did. Her voice was always so calm. Ich kann hier umschalten. Oder nur ausmachen? Wir haben kein VHS und ansonsten können wir auch nichts machen. Mal gucken, ob hier irgendwo eine Telefonnummer steht oder sonst was. Naja. Go to our next murder mystery. Was haben wir denn hier sonst noch? So, wir gehen einfach mal der Reihe nach. Alarming account of abnormal arms. Das kennen wir noch nicht. I remember when it started. The woman next door was strangled to death in her bed with no sign of forced entry. The killer was never found and the apartment remained vacant. Investigate the mystery. The door to her apartment was closed and she lived alone. What other ways are there? Maybe you can get the apartment plan to compare with other floods? Maybe? Was is to investigate the hospital location twice to complete this quest. Yeah, I guess we can do this. Wir wollen your bonus quests abschließen? You wonder what kind of animal the spider caught in its web. You scare away the annoyed predator and rip open the cocoon to reveal the human finger. Und das nehmen wir jetzt einfach so mit? Patina Ring. Plus one Dexterity minus two maximum. Yeah, I guess. Legs an, equip is. Kriegen wir dann direkt zwei stamina abgezogen oder nur zwei maximum? Ja, damit bin ich okay. Gehen wir noch mal zum Hospital? Wir gehen noch mal zum Hospital. Dann haben wir die Bonus-Quest schon mal abgehakt. You meet with your friend who has recently started her nurse practice. You lazily chat on the roof of the hospital watching the sunset. Now would be the perfect opportunity to ask about the recent unearthly events. Ask about them. their stories about missing patients, mysterious surgeries and a strange infection are helpful but they kill the mood. Minus two reasons. Ja, aber, oh Gott, the anatomical museum archive displays a specimen with elongated arms and jellified bones. Was geht denn heute ab auf unserer reasoning, ey? Naja, auf nach downtown. It's been almost a year since a childhood friend moved away to another city. He left suddenly without noticing. In a recent letter he apologized for the disappearance and asked you to remove the furniture from his flat because he wanted to sell it. In the envelope you find a key to his apartment. Wir haben immer noch keine light source. Up, your friend. Strength, check, success. You find another letter behind a wardrobe. It explains that the reason your friend left was that the shadow people were stalking him. You shudder when you realize you haven't seen the moving company's trucks driver's face. The apartment is on the third floor. There is no way somebody used the window to escape the murder scene. Okay, travel to apartments. find an envelope lying on a pillow in your bedroom. Inside is cash and a note from someone who's been watching you. They wish you luck in your task and promise to meet you soon. Just how did this envelope end up in your bedroom? Now we have a lot of money but always less reason. That's unfair. You notice the odd placement of ventilation shafts. They seem too small for anyone to crawl through though. Okay, investigate apartments further. When you stop by home to pick up your lunch you find a pile of letters in your mailbox. Check them layer, read them. Luck check failure. Staying up late investigating the current case has really increased your electricity bill. What? Naja, egal, ich hab genug Geld. Dafür war ja der envelope davor. You should interview the neighbors. Maybe you'll discover something the police missed. Okay, dann fragen wir die doch einfach mal. Im staircase. As you prepare bath, you think about all the possible leads so far. You're very tired. So maybe ice cold water is a good idea. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr reason. Your body clearly wasn't prepared for a cold bath and you can feel a cold coming on. Jesus, haben wir gerade Pech, ey. One neighbor is complaining about her missing underwear. Das hilft uns nicht wirklich. Investigating apartments. Despite your best efforts, you feel like the neighborhood is starting to change. Locations threat level increase. Danke dafür. Another neighbor is complaining about weird noises coming from the vents when she's at home. Also doch die vents? What's that picture? You catch a glimpse of the painted thing. Suddenly you feel very weak and excuse yourself to leave. Something truly evil has you in its grasp. If this is a status not no it's not okay. Then it's just a warning. Let's check the building plan to find out if there is a place where all the events connect. I would normally now for gossip but we have to our doom level so that you take a step back noticing a weird tall woman standing in the darkness. Do you live here? I've never seen you. She is there. We need a better weapon. And she makes reason damage. So what the fuck are here actually irgendwie a Hinweis was that is then haunt we first more on to what for hit chance 65% bei ihr ok dann standard zack 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 und zack meine meat cleaver macht schon ordentlich schaden cyclops neighbor attacks you das sollte sie hier schon finish aber naja resolve combat every room is connected by events coming from the unused boiler room could it be investigate boiler room you enter the dark boiler room and trip over the pipe cursing you find light switch and gasp in horror it's not a pipe at all it's a long rubbery arm coiling around the room and ending in a ventilation shaft come closer you can smell something vile and rotten check the vent hi you almost fall but we have a tiny key can be used to open certain locks okay you almost fall to the ground when you see the wide open stare of the dead pervert his elongated limbs stretching and disappearing into the vent darkness inside his mouth you find a tiny key what are we doing after the police arrive the whole building gets searched following the arms the detectives find the body of a man stuck in the ventilation shaft later he is identified as the building caretaker in his closet police find pieces of underwear and voyeuristic photos of the tenants you are questioned thoroughly and eventually released as the murder case is being covered up as case of an unfortunate gas leak was hat er überhaupt im ventilation event gesucht ventilation event auch gut naja egal alarming account of abnormal arms ending a plus 30 experience plus 15 5% doom one reason and one day passes leider nicht genug erfahrungen für hier was bring the old gods the air feels heavy making it hard to breathe what does your rest action is less effective that is bad pick the key can see a minor earthquake in the seaside region has revealed an entrance to a partially flooded cavern system local scientists believe some of the corridors could be man made können wir da hin das wäre jetzt die frage nehmen wir erstmal einen bath einen cold bath haben wir immer noch keine empty bottle können wir ein bisschen mehr reason generieren was zum peephole what's that probably just my imagination oder auch nicht können wir a lot of mystery können wir irgendwie wir können immer noch nur lighthouse oder your home wir können leider nicht zu dem cave na gut items ich weiß nicht ob wir langsam etwas ablegen sollen weil ansonsten also den energy drink können wir gleich einfach im nächsten mystery trinken das jetzt kommt sorrowful saga of the moonlight sailors sorrowful saga of the moonlight sailors it began with one fisherman who dragged something truly awful from the belly of the ocean a dark rittering ooze that mesmerized him beyond control he hid himself away for a rig adoring it not to be seen until one moonlight night moonlit night when a young girl spotted his boat drifting away a single lantern swinging at the helm of the captivated fisherman singing eerily to his catch now more and more fishermen have begun to find the vile ooze in their nets and one by one they are disappearing soon the ocean will have taken them all investigate this mystery consume the energy drink and you start your investigation hoping to overhear some rumors at the fish market discards two discards two item cards to complete this quest the broken bottle discard we have already filled you find a huge pile of nets and hooks prepared for the big hunt you quickly throw them into the ocean maybe they'll stop them from sailing out the thing we have the energy ring not discarded but if the game is thinking from me aus investigate downtown something is wrong you don't see anyone on the street and you could have sworn it was crowded just a minute ago you'd better hurry out of here warum schon wieder reason was habt ihr denn die ganze zeit gegen mich aber wir haben immerhin level up running shoes smaller doom penalty oder art knowledge discipline ja wir machen mal perception und wir gehen weiter auf knowledge continue although although you brave the stench of four hours you glean nothing besides the fact the fisherman had a wife perhaps you should pay her a visit given downtown it's getting dark as you arrive at the cemetery and shadows move in fantastic and unaccountable ways between the tombstones finding the right grave may prove to be a challenge especially when you feel someone's gaze on your back i have no shovel continue looking or confront the stranger also ich würde sagen das macht wahrscheinlich einen kampf wir gucken uns einfach mal weiter um wir haben ja perception jetzt ein bisschen höher perception check success you quickly find the tombstone marked with red string under the stone you find a note someone left for you ok wo ist diese note jetzt when you arrive at the fisherman's house it stands long vacated peering in through the dusty window you recoil in shock warte mal haben wir hier irgendwo notes oder sowas i will auch keine notes wir haben halt nur hier die items aber hier ist keine note naja investigate the mansion dort items hier vielleicht ne da ist die note auch nicht drin naja investigate mansion the round window of the crooked manor tower is calling you you feel your strength drain away as you stare at the bright light quick thinking perk haben wir nicht hide this feeling charisma check failure you don't have the strength to move a finger the blinding light is growing larger and larger to your shock you can't feel the ground under your feet where are you minus one reason schon wieder meine gute lost in time and space you drift in nothingness until something pulls you towards the light we sind schon wieder bei diesem temple hier venture further into the desert the parasitic star is looming over the dying civilization is this the fate of our planet as well venture further into the desert strength warum fehlen wir das immer es ist so nervig ich will mal wissen was es damit auf sich hat strength check failure the track through the desert is exhausting and you finally collapse onto sharp rocks plus injury torn muscle deal minus one damage da müssen wir sofort mit zum hospital da hab ich gar kein bock drauf resolve das event hospital könnt ihr mich hier ein bisschen ich will das hier healen badly bruised bin ich jetzt ja das ist aber in Ordnung das kann nicht gehealt werden das hätte mich auch gewundert aber danke dafür auf geht's zum Menschen wieder the fisherman's wife lies in the kitchen mutilated and covered with black marks you find a heavy tome wrapped in moth-eaten black velvet in an old locked cabinet when you remove the book's wrappings you recoil in disgust it's bound in human flesh take it das könnte das necronomicon sein fatal flora das war an injury schon wieder was habt ihr denn gegen mich resolve this event ab zum hospital sie ist schon so genervt muss ich hier schon wieder aber ich wollte das gar nicht investigaten someone has been branding the patients with occult symbols branded like cattle das 4% doom ja danke dafür dass ich mich verklickt hab ich will mich heilen lassen meine güte heilt das hier danke bye auf zu seaside wo wir eigentlich nicht hin sollen aber naja haste 8 ist auch so kacke wenn taking stamina damage in combat replace haste 8 with a new random injury ja danke putting your hand in that hole was a bad idea seeing a big spider escape was ist denn warum hab ich denn jetzt schon wieder eine injury warum hab ich denn jetzt schon wieder hopefully it will go away on its own ja ich weiß ja nicht sollte wahrscheinlich eher zum arzt aber egal the young man has glassy eyes and mumbles his replies as he harasses his cat the beating movements of his arm disturbs you okay something gigantic and invisible leaves a deep void in the sea it's not moving but you swear it's watching you minus 2 reason alter wir drehen gleich durch after slow interrogation the young man manages stutter out something about an organized fishing trip ja i guess lasst uns weiter gucken the town's docks are a mix of modern warehouses small shops and bars where the alternative crowd gathers an ancient wooden temple occupies the small hill at the town's center okay wir wollen keine allies die sind immer nutzlos außer das eine mal wo wir einen gebraucht hätten aber einen spezifischen i don't know pray at the temple it doesn't matter if you believe or not the smell of burning incest and old wood calms you down danke dafür das haben wir gebraucht you slip out at night and race towards the beach terrified of what comes next infected wound super investigate the beach the full moon shines bright in the cloudless night sky the ink black ocean waves glimmer eerily all the residents have drawn their shutters tight and locked their doors your footsteps are silent in the sand the only audible sounds are your ragged breathing and pounding heartbeat you arrive at the water's edge breathless the possessed fisherman's boats fill the horizon with their light tiny yellow spots navigating across a dark ocean under a dark sky you cannot make out the figures on the boat it's not the sailors the black beings must have left their bodies shocked you watched them sail the way out of the harbor you are terrified at their power but relieved that they did not drag their meat puppets with them okay the black beings never returned yet mothers would not let their children play on the beach over time people forgot the last time they saw a boat out in the waves although some claim they see strange beings come into the port at night come to the port at night yes sorrowful saga of the moon light sailors ending a ok plus 30 experience plus 15 minus 5% doom stamina and reason regain und unschalant jaja ja yeah ähm und kein level ab was kommt jetzt did the water level suddenly increase or is our city slowly sinking ja gut dass wir das jetzt erst bekommen weil ansonsten die seaside ist richtig übel jetzt ja auf nach Hause wir finden ein small key wir gucken durchs people sehen wieder irgendwen der uns da beobachtet gucken ein wenig fernsehen some of our readers report a strange tall man dressed in a white taking the metro after dark apparently stalking lone passengers please take care and avoid traveling okay mit reasoning und dann wenn wir doch mal unser outfit for a while warum nicht wir haben noch mehr an lockt jetzt noch am anfang nicht so viele oder nehmen wir mal das hier it's a nice movie poster okay haben wir hier sonst irgendwas was ist das hier inside a figurine you find some money money hier vielleicht auch irgendwas drin library notes you scan a random spell this wanted to reason vielleicht gerade nicht weit später uns noch irgendwas light switch nothing weird happens it has been raining since morning ich hoffe wir jedes mal was finden könnten theoretisch aber was ist hier denn mit der pfeil viral flora so das deals damage da müssten wir erst mal einen pflanzen gegner finden gut nächstes mystery eerie episode of evolving eels da haben wir immer noch 1 i surgery missing friend und ich weiß nicht wie wir auf das letzte kommt vielleicht einfach indem wir hier diesen die bonus quest nicht machen was wir sowieso nicht machen wollen weil wir dafür zu seaside müssen while returning to your home someone suddenly bumps into you did you know you turn around it's your friend living in the same apartment complex kanna that weird dude is back you know the one with who studies fish you shrug opening the door kanna follows and immediately enters the kitchen a while later she returns with two cans of soda and curious what weird fish did you bring this time she grins investigate ja die seaside die nebenquests machen wir mal nicht weil vielleicht führt das auch zu einem anderen ende mal sehen kanna i saw the creepy neighbor carrying some dress inside his apartment i wonder what feed what weird fish did you find this time will you check it out he will surely recognize me if i try to do it myself please please ja aber ich glaube ich muss erst mal zum arzt weil ich habe eine infekte du und deswegen habe ich ja geld dafür gefunden ist eigentlich wenn wir zum korridor a gehen ich will mich heilen lassen bitte heilen sie man hat das mit dem hasty age okay na ja auf zu den apartments loud knocking okay i'll call the police whatever enver plus drei prozent um dude's working at school right we could break into his office what do you mean we shouldn't it must be empty because he just came back and his classes begin in next week investigate go find an old trophy case set in a seemingly abandoned corridor everything inside is covered in a thick layer of dust one metal seems particularly well valuable break the window and grab it check flags and trophies open the cabinet breaking is wahrscheinlich nicht so good open the cabinet we have the keys this is nice using a key you find uh you found you open the trophy case and take an odd golden goblet without a plaque constantly cold to the touch looks ancient what was it doing in school okay the neighbor's office at school is empty you do find a few jars all filled with weird eel-like fish despite your protest canna decides to take one jar home have you ever seen you like this it's so freaky don't you have a feeling it's watching us how can she sip her soda so calmly staring at this creepy creature yeah i don't know we again of jedenfalls in an apartment while examining the ransacked room of your recently deceased friend you discover a half finished picture of a face hidden in shadow something truly evil is getting closer this is a fucking build from the main typen oh my god i've seen him burning some notes behind our apartment building let's go check it out is this ill even alive i want to listen to the school and gossip and see if i can hear something um ask to join the latest gossip did you hear there's a cliff nearby with strangely shaped holes how did you do on the english exam have you heard about this computer program yeah come here uh ask to join i will help you ask to join sorry i don't have time for games and ask to join you were always such a kid we couldn't wait but no we're going to go now we have more colleagues i don't know if this will bring us anything naja investigate apartments you wonder what kind of animal the spider caught in its web schon wieder den finger gefunden ey danke dafür plus one item was haben wir denn jetzt da gefunden was war das was wir gefunden haben das war gerade ganz kurz da und dann wieder weg keiner was right someone tried to burn papers they must have been in a hurry because some of the papers look salvageable you you both return to your apartment and try to decipher the notes okay that's so weird your neighbor really was into eels it seems you begin to wonder if spying on your neighbor was a good idea to begin with investigate apartments was war eigentlich mit den library notes oh so das war das mit dem spell kann ich hier verkaufen a woman jumps out of her apartment okay uh calm her down charisma check failure danke when you touch her shoulder she gets hysterical her reaction shocks you you move away as more neighbors enter the corridor ja warum sollten wir nicht noch mehr reason damage nehmen there must be something more we can learn i'll try to break into this apartment tomorrow morning i wonder what he's hiding in there you shrug non-committedly you just wish you could throw this damned jar into the trash it seems to be covered in some kind of black algae getting closer you realize it's not a rock okay ja dann hauen wir doch einfach mal drauf wir haben eine hit chance von 75 prozent da ist zwei und hit und zwei und hit aua browner sponge oder sowas kann das nicht lesen das ist zu sehr gequetscht naja wir greifen ihn einfach weiter an und einmal warum machen die eigentlich alle riesen damage was ist los es der männer habe ich diese runde überhaupt keine probleme wenn es vielleicht auch ganz gut mit unserem haste die dings aber wir haben nicht mehr so viele riesen resolve combat thinking about how stupid it is of kana to try and break into your neighbors apartment to go to sleep spent an entire day waiting for kana where the hell is she investigate school kana is weg you find an old trophy case schon wieder break the window you break the window cutting yourself a little bit in the process this metal is made out isn't made of gold but you'll be able to sell it easily haben wir jetzt einen status bekommen ne obwohl wir stamina damage bekommen haben naja kana has been missing since yesterday you decide to check out the neighbors apartment yourself okay where is kana kana is wahrscheinlich in bedroom wir sollten nicht in den bathroom gehen das bringt uns nun wieder minus reason ein hello kana i found the neighbor but but when his eye burst i slipped on the blood and lost consciousness i'm afraid there's something in my own eye now too wenn wir einfach gehen return to kitchen escape wir können auch einfach abhauen this is ending c you run like a coward from your neighbors place the next morning police officers are emptying out your neighbors place they didn't find kana will you ever hear from your friend again every episode of evolving eels ending c rewards for solving this mystery plus 30 experience hätte man doch die nebenquests machen können aber das wusste ich ja nicht weil ich kann mir vorstellen dass manche enden auch damit zusammenhängen dass man nebenquests eben nicht mal gut wir haben ein level ab thinking haben wir jetzt weiß nicht ob uns das noch mal was bringt aber wir nehmen es einfach mal mit und ja kommen erhöhen wir mal ein bisschen unseren charismas das machen die old gods das bewirkt was reason cost of all spells is increased by one na super take the key dann gucken wir nochmal durchs people sehen wieder den mann der da hinten rum steht glooming ja und wir hier uns mal mit ein bisschen cold water reason gain und dann fernseher local dentist has been found guilty of implanting dog teeth on their human patients motive is currently unknown wir haben noch keine nummer die wir anrufen können und auch kein vhs tape irgendwie hier irgendwas oder hier draußen irgendwas das haben wir schon aufgemacht wenn wir also nicht häufiger looking good ja gut dann wollen wir mal gucken was das letzte mysterium hier ist für den letzten schlüssel das scheint wieder das lighthouse obwohl wir eine schwierigkeit höher haben müssen wir trotzdem nur vier schlüssel finden anscheinend wupp 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 wie hier sonst wo irgendwas anklicken nein okay dann enter lighthouse aber wir sollten auf jeden fall jetzt ein bisschen resten weil vom doom sind wir weit genug entfernt und unserem und das geht nicht so gut also wupp 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 so das reicht ja wohl hoffentlich then climb the lighthouse following the winding staircase you find a metal gate that blocks your way it's locked but you notice an electrical cable it seems to connect to the door to a hole inside the central pillar if there's a switch inside you have to risk getting cut by numerous glass shards and knives find a switch manage to locate the door switch while avoiding the knives and glass shards continue climbing following the winding staircase you are stop wait a minute someone has been taking photos focused on you the photos include the enemies you fought with there's something wrong but you can't precisely say what select the second enemy you fought this run but as the headless mannequin or was the first i think the headless mannequin was the first one then the pillar vampire was the second one wrong answer your head starts to hurt is everything just something you've imagined the photo suddenly disappears so does the door allowing you to continue okay i heard the doom this is not okay then i don't know following the winding staircase you find a metal gate that blocks your way a cable that should be powering it is currently disconnected the power box itself is covered in a weird moist goo just inhaling the fumes make your eyes itch and water but to power the gate you'll need disconnect a faulty plug disconnected strength check failure not enough strength yeah minus three seminar super you are surprised at how much effort it takes to disconnect the faulty plug as you force it to the weird goo burns your fingers finally you manage to separate the faulty plug and connect the proper cable with a bus the gate opens but that's why you heard at the beginning following the winding staircase you are wait a minute someone broke into your apartment saw all the clues and newspaper clippings and pinned them here the more you study them you discover you can't remember any of them except one select the title of the second mystery you investigated that's one alarming count of abnormal arms correct answer you rip the newspaper clipping of the case you seem to remember underneath it is a tiny button underneath it is a tiny button you press it and with a bus the gate opens climbing up the winding staircase you are stopped by a masked man wearing an expensive suit the rules have changed kiddo he says taking the jacket and the mask off nothing personal really i don't know what with him here is the ultimate opportunist i don't know anything against him to do anything against him also to kill him he needs a firearm to perform this action can we not just do anything against him or what is with our book fatal flora that is not a plant enemy naja can we do anything against a goblet use not really yeah good then we will get him normal 90% hit chance yeah easy can we also directly 2x make 90% we will go away from the window resolve this event what is that? a stone that is the stone we have found in the mansion, right? the dark clouds swirl around the lighthouse did you arrive too late? at the unnatural fog slowly lifts you are relieved and collapsed on the floor the next day everything feels like a bad dream you've managed to stop the ritual awakening the eldritch old god but what's done is done it will stir in its slumber again and again until the stars are right once more congratulations you are safe for now aber difficulty level skeptic ich habe doch ein anderes ausgewählt ich verstehe es nicht naja wir haben ja trotzdem ein paar neue Abenteuer entdeckt und ja vielleicht komme ich früher oder später mal zu diesem Spiel zurück um noch alles andere zu entdecken wir werden sehen kommt doch drauf an wie gut das ankommt auf dem channel aber ja wir müssen ja auch noch herausfinden was passiert wenn wir 100% doom bekommen und sowas da bin ich auch mal gespannt drauf aber gut was sollen wir pressen press q to restart deswegen hat es letzte mal nicht funktioniert ich habe q einfach nicht gedrückt ich habe alles andere versucht aber es war auch so still so wie jetzt ich drücke q so ist es nicht aber ich glaube es geht einfach nicht weiter ich glaube letztes mal ist es auch gecrasht vielleicht doch aber egal o ist es auch nicht oder das könnte ja auch ein oben im strich sein oder irgendeine andere der tasten escape enter tap hier funktioniert gar nichts naja egal machen wir halt hier Schluss gut damit bedanke ich mich hier immer fürs reinschalten wünsche euch allen noch einen grausigen Abend eine schaurige Nacht oder wann auch immer ihr dieses video sehen solltet einen spooky tag im allgemeinen und dann bis zum nächsten mal bei welchem Spiel auch immer ein fröhliches Halloween euch morgen und ja generell noch ein fröhliches Ende des Booktobers bis zum nächsten mal bye 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 Untertitelung. BR 2018